Und jetzt geht es weiter mit dem besten der Geschenkideen überhaupt und ich glaube fast auf jedem Wunschzettel in Deutschland stehen zwei oder eins von mindestens eins von zwei Produkten, nämlich eine Fitnessuhr oder auch eine Smartwatch. Und was? Brave Kollegen. Das ist der dritte Wunsch. Den haben wir jetzt heute nicht in der Sendung. Wir haben keine braven Kollegen hier, aber wir haben auch sehr, sehr viele Sportuhren oder Fitnessarmbänder sagt man auch dazu und Smartwatches bei uns im Programm. Aber die zwei besten, die zwei meistgekauften und von mir aus auch Preis-Leistungssieger, die haben wir für Sie jetzt in der Sendung. Also das Beste des Besten und was das genau ist, das erklärt uns jetzt Anne-Kathrin. Ja, wir machen jetzt schon mal Bescherungen, schon ein paar Tage vor Weihnachten, denn die kommen so wunderschön verpackt zu Ihnen nach Hause. Wir packen jetzt gemeinsam die Weihnachtsgeschenke aus. Und wenn dieses Jahr Ihre Liebsten sich auch Smartwatches wünschen und Sie mal im Internet recherchiert haben, was sie so kosten, dann werden Sie sagen, hm, wünsch dir das mal von jemand anderem. Ich habe das Ganze in günstig und in genauso toll hier unsere erste Handyuhr und Smartwatch verpackt. Wollen wir sie gemeinsam öffnen? Na klar, machen wir. Schauen Sie mal. So schön verpackt kommt die zu Ihnen nach Hause in dieser Champagnerfarbenen Box. Allein das ist schon ein Highlight. Und jetzt öffnen wir sie gemeinsam. Achtung, Achtung, ich mache es aber spannend. Da ist das Objekt der Begierte. Unsere Handy und Smartwatch. Das Ganze hier vertrags- und Simlockfrei. Denn wer jetzt hier gerade den Brief, sage ich schon, den Preis liest, der wird mit den Augen und Ohren schlackern. Denn jetzt denkt man ja erst mal, okay, für den Preis, jetzt kann ich die nur per Bluetooth mit meinem Smartphone koppeln. Können Sie machen? Nur, das wäre ja für den Preis. Ja, aber nur ist gut. Also eine Smartwatch überhaupt für 44,60 Euro ist schon der absolute Preisknaller. Der gilt, da müssen wir auch noch mal sagen, dieser Preis natürlich nur exklusiv für Sie als Pearl TV Zuschauer. Aber die Uhr hat ja wirklich viel drauf und sie ähnelt einer, ich sage jetzt mal, einem Modell, das über 300 Euro kostet, oder? Ja, das stimmt. Das ist eine vollwertige Handyuhr. Das heißt, Sie können die Karte bzw. die Nummer, die Sie von Ihrem Telefon haben, weiter benutzen. Sie können das aber auch als Handyuhr nutzen. Das heißt hier, egal welche SIM-Karte, einfach in diese Handyuhr reinpacken und dann vollwertig telefonieren. Und das ist wirklich ein Knaller. Und schauen Sie mal, wie leuchtstark die auch ist, wie schön die ist. Hier, das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist eine Uhr, kann ich immer mal antippen. Dann kann ich die verschiedenen Ziffernblätter mir einstellen. Das ist ja schon wirklich ein Highlight. Und mit einmal drüberwischen, da sehen Sie es hier schon, dieses kontrastreiche IPS-Farbdisplay. Das heißt, wir reden hier vom gehärteten Echtglas. Also super robust, sehr hochwertig. Ich habe es jetzt hier noch in diesem Samtbezug gelassen, weil das ist schon wirklich hier ganz ehrfürchtig zu behandeln. Aber, schauen Sie mal, super einfach in der Bedienung. Haben Sie es gesehen? Hier, wirklich wie das Modell, was Ralf gerade angesprochen hat. Ja. Das super teure Modell ähnelt dem hier. Das Einzige, was sich hier wahrscheinlich unterscheidet, ist dann letztendlich der Preis. Super einfach in der Bedienung. Und wir haben hier einen super ausdauernden Akku von bis zu sieben Tagen Laufzeit. Und das ist natürlich der Hammer. Bedienbar natürlich hier entweder über diese Apps, die Sie hier sehen. Aber wir haben natürlich auch tolle, tolle Fitness-Apps hier eingebaut. Zum Beispiel der Schrittzähler, Kalorienrechner, Schlaferinnerung. All das ist natürlich auch für diejenigen interessant, die sagen, ich will das weniger als Smartwatch nutzen, sondern eher als, ich möchte mich lange fit halten. Ja, also technisch eine unglaubliche Innovation mit wirklich vielen Optionen. Aber sprechen wir noch mal auf das, was du so ganz am Rande erwähnt hast. IPS oder IPS, Echtglas-Display, gehärtetes Glas, Edelstahlgehäuse, also edelste Materialien. Dann weltweit nutzbar und vor allem vertragsfrei. Und das für diesen Preis. 44,60 Euro. Und da müssen wir sagen, du hast noch gar nicht alle Optionen aufgezeichnet. Wir haben ja noch so viel mehr. Ich glaube, da macht auch schon das Ausprobieren Spaß. Aber ich sage Ihnen noch, die unverbindliche Preisempfehlung für diese Handy-Uhr bzw. Smartwatch, die liegt nämlich bei 130 Euro. Und schauen Sie jetzt den TV-Sonderpreis an, der exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer gilt. 44,60 Euro. Und da sehen wir auch, wie einfach die zu bedienen ist. Da ist zum Beispiel der Wecker. Genau, das ist wirklich, wie Sie das von Ihrem Smartphone kennen, nur jetzt direkt vom Handgelenk aus. Sie haben ja die verschiedenen Apps, die sind natürlich schon mit da drauf installiert. Das können Sie alles nutzen. Aber natürlich auch viele Fitnessfunktionen, wenn wir hier zum Beispiel auf diesen kleinen Männekecken gehen. Oder dann natürlich ein Schrittzähler, Kalorien, Rechner, Schlafüberwachung. Natürlich die ganzen Apps hier im Internet oder natürlich aber auch die ganzen Push-Nachrichten, die Sie auf Ihrem Handy normalerweise empfangen. Das koppeln Sie hier ganz einfach mit unserer Handy-Uhr und Smartwatch und bekommen das dann hier direkt drauf. Musik hören, telefonieren, die Kontakte, die Liste, dann natürlich aber auch hier eine E-Mail versenden, Einstellungen. All das, was Sie normalerweise mit Ihrem Smartphone machen, machen Sie jetzt hier direkt über Ihre Handy-Uhr und Smartwatch. Die ist natürlich auch komplett spritzwassergeschützt nach IP44. Das heißt, Sie können hier natürlich auch, oder da sind Sie auf der sicheren Seite. Und wir haben hier oben im oberen Teil sogar noch eine Kamera. Das heißt, Fotos und das gestochen scharf mit bis zu 640 mal 480 Pixel. Müssen wir hier nur das kleine Kamerasymbol finden. Da unten ist es, genau. Da unten ist es, genau. Da haben wir gleich zwei. Das heißt, du kannst einerseits natürlich die Kamera von deinem Smartphone fernbedienen oder die eigene Kamera benutzen. Und da sehen wir auch ganz einfach mal ein Filmchen drehen, so auch vom Handgelenk aus, Bruder, eben Schnappschüsse. All das ist mit drin. Und ich glaube, diese Optionen, also eigenständiges Telefon und die eigenständige Kamera, das haben die richtig teuren. Diese 300-Euro-Produkte gar nicht mit im Portfolio, ja. Aber hier ist es alles schon mit drin. Und das ist wirklich eine traumhafte, innovative Smartwatch, Bruder, eben eine Handy-Uhr und das für diesen Preis. Ich muss noch mal sagen, kein Wunder, dass sie so beliebt ist und unsere beliebteste Smartwatch im kompletten Programm, weil es eben innovativ ist, qualitativ, unglaublich hochwertig. Also das ist allerhöchste Qualitätsstufe und eben auch zu bezahlen mit dem TV-Sonderpreis exklusiv für Sie. 44,60 Euro und somit ist das ein Wahnsinns-Weihnachtsgeschenk, oder? Ja, das ist ein Hammer, weil es ist wirklich eine absolut tolle Ausstattung, aber natürlich auch in puncto Verarbeitung ist das ein Highlight. Das Metallgehäuse, was Ralf angesprochen hat, das merkt man auch schon. Die hat richtig Gewicht, das ist nicht so billiges Plastik, wie man das an anderer Stelle findet. Es sieht super schick aus hier, dieses hochwertige Metall, auch super allergikerfreundlich. Es ist einfach hier wirklich ein unfassbar schönes Highlight am Handgelenk. Und schauen Sie mal durch dieses kontrastreiche IPS-Display, also dieses gehärtete Echtglas. Sehen Sie das auch, wenn ich es jetzt so ein bisschen drehe? Sehen Sie, man erkennt es wirklich noch von allen Seiten. Und das ist auch hier wirklich ein Merkmal, was man nur bei den allerwenigsten Uhren und Handyuhren findet. Also ich habe mich hier schon verliebt. Super einfach in der Bedienung. Was will man hier mehr? Ja, und jetzt stellen Sie sich die leuchtenden Augen des Beschenkten vor, wenn so eine Smartwatch-Handyuhr unter dem Christbaum liegt und dann ausgepackt wird. Und ich finde es halt schön, du brauchst auch für die Installationen ja nicht lang, weil du nichts installieren musst. Du musst sie nur per Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden. Schon gehen alle Anrufe aufs Handgelenk. Die ganzen Push-Nachrichten, was du gesagt hast. Sie können autark auch telefonieren. Da müssen Sie eine eigene SIM-Karte einlegen. Sie können fotografieren oder Ihr Smartphone, also den Fotoapparat, die Linse des Smartphones fernsteuern, die Musikfernsteuerung, all das drin. Und da sehen wir sogar Icons von verschiedenen sozialen Netzwerken, die auch schon vorinstalliert sind. Und das alles für diesen TV-Sonderpreis. Und ich muss noch mal betonen, der ist exklusiv für Sie. Jeder andere zahlt mehr. Nur Sie als Pearl-TV-Zuschauer bekommen diesen Preis exklusiv 44,60 Euro für ein wirklich fantastisches, ich habe es vorhin wahnsinniges Weihnachtsgeschenk genannt. Und das ist wirklich der absolute Hammer, oder? Das ist wirklich ein Hammer. Allein die Bedienung, die macht schon Spaß. Allein schon das Draufschauen auf das Display ist ein Gaumenschmaus. Das ist ein innerliches Blumenpflücken, würde jetzt, wie wir ihn sagen. Allein schon die Einstellung des Ziffernblattes. Will ich es eher ein bisschen nostalgisch, will ich die römischen Ziffern? Oder will ich es eher schlicht, ja, einfach nur die Zeiger? Oder will ich es dann doch ein bisschen moderner, so eine Art Chronographen-Look? Na, schauen Sie mal, allein das hier, dieses Einstellen täglich, wie soll meine Uhr aussehen? Das ist doch ein Hammer. Hier, schauen Sie hier, der edle Chronographen-Look oder hier die römischen Ziffern. Oder eben ganz schlicht, das geht natürlich auch. Und jetzt müssen wir noch sagen, die war mehrfach ausverkauft. Jetzt ist die neue Lieferung da, die ist auch schon zum Großteil ausverkauft. Wer sagt, ich warte noch zwei, drei Tage, ja, dann ist es zu spät. Jetzt ran ans Telefon, holen Sie sich diese einmalige Geschenk-Idee jetzt nach Hause. Die Bestellnummer ist die NX4611 und die 569, der Preis, der fantastische TV-Sonderpreis exklusiv für Sie. 44,60 Euro und damit ist, glaube ich, oder werden schon mal die größten Wünsche befriedigt worden sein, ohne gleich ganz tief in die Tasche greifen zu müssen mit 300 und mehr Euro. So, als nächstes habe ich genannt auf dem Wunschzettel auch sehr, sehr beliebt Fitness. Fitness, Armwender, Fitness, Uhren, Sportsuhr. Und da haben wir, und das können wir wirklich ohne Übertreibung sagen, unsere beste, unsere eindrucksvollste, auch unseren Preis-Leistungs-Sieger und vor allem die meistgekaufte und beliebteste Sportsuhr. Und die ist auch was ganz, ganz Besonderes. Oh ja, wollen wir die mal gemeinsam lüften? Ja, gerne. Wir sagen doch einfach mal, Sesam öffne dich. Schauen Sie mal. Allein dieses Aufklappen, das macht schon Spaß. Hier auch die schon komplett fertig verpackt. Die nehmen wir jetzt mal natürlich hier raus. Auch das ist ein absolutes Highlight für Sie demnächst am Handgelenk. Folgen Sie mir mal. Das ist nämlich unsere GPS-Sportuhr. Aber was ist jetzt an der so besonders? Die hat ein Always-On-Display. Das heißt, dieses Display, was Sie hier sehen, ist immer an. Ja, es leuchtet immer, wenn Sie auf Ihr Handgelenk schauen, sehen Sie sofort die Uhrzeit. So, und jetzt werden einige natürlich denken, oh, wenn das Display immer leuchtet, ist der Akku doch nach einem Tag schon hinüber. Sollen wir mal raten, was der, du weißt es, ne? Ich weiß es, ja. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Der Akku hält einen kompletten Monat, obwohl das Display immer an ist. Es ist ein Always-On-Display. Das heißt, es geht dann hier zwar in einen etwas dunkleren Modus, aber es ist immer bedienbar, immer sichtbar. Und das ist natürlich hier ein Knaller. Und jetzt schauen Sie mal, die Bedienung auch hier. Kinderleicht. Ich kann das Ganze jetzt natürlich erst mal mit meinem Smartphone koppeln, ne? Hier per Bluetooth. Aber die große Besonderheit ist natürlich auch hier, dass ich hier zum Beispiel meinen Blutdruck messen kann. Meine permanente Herzfrequenzmessung. Und das ist auch was, was die wenigsten haben. Sollen wir das mal gemeinsam machen? Weil permanent ist hier ganz wichtig. Ich klicke hier einmal auf das Herzchen. So, und jetzt sehen Sie, es leuchtet nichts. Sehen Sie das halt? Ich muss ja nochmal anwählen. Richtig. Dann ein bisschen länger drauf bleiben. Also auch jederzeit sich den Puls anzeigen lassen. Und zwar dynamisch. Also immer wieder. Und das wird dann auch ganz einfach auf einer kostenlosen App natürlich übernommen. Und dann hat man auch eine Langzeitauswertung. Jetzt diese Sportsuhr ist was ganz Besonderes. Und zwar nicht nur für Sportler, sondern auch für Leute, die sich einfach ein bisschen mehr motivieren wollen. Weil sie erkennt verschiedene Sportarten. Sie ist absolut wasserdicht. Also auch für Schwimmen oder Wassergymnastik. Bestens geeignet. Und das wird dann auch verzeichnet im Bewegungsprotokoll. Kalorienverbrauch wird angezeigt. Und durch GPS auch noch der Streckenverlauf. Also alles in einer Uhr. Und da sehen wir nochmal ganz deutlich in Nahaufnahme, wie einfach das ist. Und hier sehen wir die Herzfrequenz, also den Puls, den ich mir hier jederzeit anzeigen lassen kann. Und da sehen wir jetzt deutlich diesen optischen Abtaster. Und dadurch bekommen wir ein sehr, sehr genaues Ergebnis. Und immer einen Überblick über unsere Vitalwerte, beziehungsweise über unseren körperlichen Zustand. Richtig. Ich will Ihnen aber noch was ganz Wichtiges zeigen. Und das unterscheidet eben unsere Uhr von den anderen Uhren, die es eben so auf dem Markt gibt. Die Fitnessuhren. Denn die misst ihre Werte, ihre Vitalwerte permanent. Sie kennen das vielleicht vom Blutdruck oder Puls. Den misst man einmalig. Und vielleicht sind sie gerade gelaufen und da ist man außer Puste. Hier ist das anders. Sie sehen ja jetzt hier dieses kleine Herzchen. Und hier an der Seite ist der Sensor. Der Pulssensor. Der zeigt jetzt erstmal nichts an. Das heißt, sobald die Uhr, ich habe ja gesagt permanent, leuchtet sie. Das heißt aber, wenn die Uhr einfach mal nur verspecken liegt. Kann ja mal sein, dann muss die ja nicht messen permanent. Da gibt es ja auch keinen Puls zu messen. Das heißt, die misst, Achtung, jetzt kommen wir mal hier genauer drauf. Die misst nur mit Hautkontakt. Schauen Sie mal. Ich berühre jetzt hier den Sensor. Das heißt, jetzt erst erfolgt meine Herzfrequenzmessung. Das sehen Sie hier. Sobald es grün leuchtet, misst die ihren Puls. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr intelligent ist. Weil somit erfolgt, sobald die Uhr mit ihrer Haut in Kontakt kommt, eine permanente Herzfrequenzmessung. Das heißt eben, dass Sie auch mal auf längere Sicht mal ihren Herzfrequenz messen können. Und das ist super wichtig, wenn man eben weiß, okay, ich habe da was. Will da jetzt aber nicht nur mal eben zum Arzt gehen. Der misst ja immer nur mal kurzfristig. Sie wollen eine permanente Herzfrequenzmessung. Das Ganze kann ich jetzt natürlich auch direkt auf meinem Smartphone auswerten. Kostenlose App. Laden Sie sich einmal herunter. Verbinden die Uhr mit Ihrem Smartphone. Und dann können Sie diese Anzeige, die jetzt hier übertragen wird, auch hier direkt dann auf Ihrem Display messen. Da sehen Sie Schlafwerte. Dann natürlich aber auch Wecker. Und das ist natürlich richtig intelligent. Ja, gerade durch diese einen Monats Akkuleistung kann ich ja auch Schlaf wirklich regelmäßig kontrollieren. Ja, oftmals ist die Schlafüberwachung scheitert darum, dass nachts mein Gerät an der Ladestation liegt. Hier funktioniert das einwandfrei. Es ist die beste, und das können wir wirklich sagen, Sportuhr, die wir haben. Nochmal, sie ist wasserdicht. Sie kann also auch zum Schwimmen und sogar zum Tauchen genutzt werden. Sie hat dieses Always-On-Display, was man immer sieht, was auch noch antireflektierend ist. Das heißt, selbst wenn die Sonne scheint, sieht man trotzdem das Display. Und dann diese Permanentmessung, die für viele auch ganz wichtig ist. Es ist für mich ein absolutes Highlight. Und dementsprechend auch ein Highlight als Geschenkidee. Und jetzt müssen wir nochmal über den Preis sprechen. 75,95 Euro. So was kostet an anderer Stelle an die 200 Euro. Da ist unsere unverbindliche Preisempfehlung schon sehr günstig mit knapp 150 Euro. Aber die schlagen wir nochmal um knapp 50 Prozent. Und da bieten wir das. Und das ist Ihr TV-Sonderpreis. Exklusiv für Sie als PR-TV-Zuschauer. 75,95 Euro. Genau. Und was ich Ihnen hier gerade gezeigt habe, wir hatten ja die Uhr direkt neben unserem Smartphone. Das heißt, identische Werte. Also wirklich gleiche Schrittzahl, gleiche Kalorien, die hier verbrannt worden sind. Das heißt, es wird hier direkt mit Ihrem, oder die Daten, die auf Ihrer Uhr sind, werden direkt auf die Smartphone übertragen. Und das natürlich in Echtzeit. Und das ist hier phänomenal für den Preis normalerweise nicht möglich. Hier sehen wir auch nochmal das transreflektive Display. Das heißt, es ist eine super ausgeklügelte Technik. Das heißt, es reflektiert die externen Lichtquellen, wie zum Beispiel Sonnenlicht, zur Displaybeleuchtung. Und hier sehen wir jetzt natürlich den Pulssensor, der permanent misst, sobald er mit Haut in Kontakt kommt. Auch einfach hier durch das Menü zu führen. Sie können hier natürlich einstellen, was machen Sie gerade für Sportarten. Rennen Sie, fahren Sie Fahrrad oder Nordic Walking oder schwimmen Sie. Auch das ist natürlich sehr, sehr intelligent. Und wir haben hier sogar einen GPS-Empfänger integriert. Das heißt, der speichert Ihre Laufstrecke. Wenn Sie gerne laufen, wenn Sie gerne joggen oder Nordic Walking machen, auch da kann man sich dann zum Beispiel mal eine besonders schöne Strecke aufzeichnen. Oder Radfahren, da kann man auch die Strecke aufzeichnen. Man kann sagen, in welchem schönen Gebiet man später war und hat dann auch den genauen Nachweis. Also es ist wohl die illoativste und modernste Sportuhr oder Fitnessarmbahn, sagen ja auch viele davon. Was ich auch schön finde, du kannst das Smartphone eigentlich beruhigt in der Tasche lassen. Wenn irgendwas passiert, bekommst du die Push-Nachrichten ebenfalls direkt aufs Handgelenk. Also sehr, sehr übersichtlich, ein immer leuchtendes Display. Das ist Neudeutsch Always-On-Display. Also immer an, man schaut drauf, wann man will und das ohne Reflexion. Das ist einfach außergewöhnlich und ich finde es toll und der Preis ist auch faszinierend. Nochmal exklusiv für Sie, 75 Euro und 95 Cent. Also das ist wirklich ein Hammer mit den Funktionen. Und auch hier, Sie sehen das ultra scharf, tolles Display und das will eben jeder haben. Also es gibt ja manchmal so Verlegenheitsgeschenke, wenn man eine Person nicht so richtig kennt oder wenn man nicht weiß, was soll ich der schenken, meine Oma zum Beispiel. Jedes Jahr aufs Neue irgendwie denkt man immer, ja ist zwar nett gemeint, aber das ist eben was, was definitiv ankommt. Wenn Sie sich auch noch nicht sicher sind, was schenken Sie dieses Jahr Ihren Kindern, Ihren Enkelkindern. Das ist das, was jeder haben will, sich aber normalerweise nicht jeder leisten kann. Solche Smartwatches, solche Sportuhren, die kann man sich auch mal selbst verschenken oder den Partnern. Dann kann man sich auch mal gegenseitig motivieren. Jetzt geht es ja so langsam wieder los mit den guten Vorsätzen fürs nächste Jahr. Und warum aufs nächste Jahr warten? Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich gegenseitig zu motivieren. Ja, richtig. Also einfach zwei bestellen bei diesem Preisgefüge ist das auch keine Kunst und sich gegenseitig noch ein bisschen aufpushen und motivieren. Und nochmal, diese Sportsuhr ist nicht nur für Sportler, die motivieren sich automatisch. Es ist die Motivation für Sie mit vielen, vielen Zusatzoptionen, die uns Anne-Kathrin jetzt gerade deutlich näher gebracht hat. Und das zum Faszinations- und Sensationspreis, nämlich Ihrem exklusiven Perl-TV-Zuschauerpreis. 75,95 Euro und ich sage Ihnen die Bestellnummer nochmal für diese GPS-Sportuhr. Das ist die NX 4622 und die 569. Also Sie sehen, Smartwatch oder Sportuhr, die besten Produkte aus unserem kompletten Programm haben wir hier. Bei der Smartwatch wird es schon langsam eng, da müssen Sie ganz, ganz schnell sein. Ich denke, jetzt so in der letzten Woche dann, die kommt vor Weihnachten, wird auch das Sportarmband ausverkauft sein. Das habe ich jetzt gleich ans Telefon und dann viel Spaß damit.